Und diese beiden hier, den Rest machen wir von hier, ah, lass mich doch da reingehen. So, das hier, das rote Zeug muss weg. Ja, da kann ich das auch gleich machen, diese Reihe noch. Warum ruckelt das so? Ich verstehe es nicht. Ich habe den Rechner doch vorher neu hochgefahren. Und so will ich es hier jetzt auch nicht los. So, braucht der Rechner ein bisschen Pause. Hier kommt eine Mauer hin. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch, äh, wie weit. Aber so auf jeden Fall. Hier so bündig mit der Mauer, äh, mit der Treppe. Okay, so, das wäre schon mal das hier. Joa, das passt doch hier. Da kann man schön die Treppe runtergehen. Hier kann man die Treppe hochgehen. Oh ja, aber hier muss noch... Ja, also auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal ins Bett gehen. Weil ich sonst nichts mehr sehe. Und lecker Pfefferminz-Tee trinken. Ach ja, ich wollte ja noch... Ah, die Decke fehlt auch noch. Ja, 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 okay. Alles der Reihe nach. So, ich will jetzt eben erstmal die Ideen umsetzen, die ich gestern hatte. Ja, das war es aber im Großen und Ganzen schon. Die Kellerfenster fehlen noch, ja. Hier eben noch Türen hin. Da oben muss auch noch was gemacht werden. So. Ähm, lass mal schauen. Das da... Was ist das denn hier? Äh, Moment, so. Ach, guck mal, das kann einfach weg hier. Ähm, das ist aber doof hier. Naja, wie war das mit der Decke? Moment mal, da war ja noch was. Die Decke... Da habe ich jetzt nichts da. Hier. Aber die Türen, die müssten hier reinpassen. Ja, das ist eine Doppeltür nämlich. Ja, dann eben so. Und dann hier so die Decke dran. Und dann müssen wir eben oben da die gleichen Wände machen wie hier unten. Oder wir ziehen eine Doppeldecke ein. Das geht natürlich auch. So, mal schauen, ob das passt hier so. Joa, doch, das passt hier. Ja, den roten Sandstein, den machen wir dann wieder weg. Hm, okay. Irgendwie... Bin ich da noch nicht so ganz zufrieden damit. Aber doch, was sonst? Ich gehe mal eben ins Lager und hole mal Türen. Denn das stört mich jetzt schon ein bisschen, dass da die Türen nicht da sind. Äh, Fichte... War das Fichtenholz? Ja, doch, Fichtenholz nehme ich da. So, weiter hin. Ja, funktioniert. Wunderbar. So, und jetzt hier die Scharniere. Ah, das geht da ja nicht. Ja, genau, da war ja was. Das muss ich ja von der Seite aus machen. Ähm, was war das jetzt? Nee. Ja, genau so. Jetzt gucken die da eben ein bisschen raus, aber, naja, so ist es da eben. Anders geht es da nicht. Ja, okay. Schön. Haben wir das gemacht? Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal... Hier, wir kümmern uns jetzt darum. Ähm... Dazu... Ja, ab ins Lager, genau. Und, äh... Da brauchen wir... Von dem grünen... War das grün? Doch, ich glaube schon. Ich nehme mal davon was mit. Den roten aber nicht. Und dann... Das da. Und nochmal was davon. Dann müssen wir uns jetzt mal ein bisschen was basteln. So, genau das da. Und dann war das doch daraus nochmal... Moment mal. So, nämlich... Genau, hier. Ein bisschen was davon. Und das machen wir auch mit dem grünen... Äh, so. So, ich glaube das passt erstmal so. Okay, erstmal das hier weg. Wir haben draußen schon so viel Rot. Da muss da innen... Durch die Ziegel eben... Da muss da innen nicht auch noch was sein. So, okay. Das hatte ich jetzt mir vorgestellt. Eben da. So, mal schauen, dass eben so was... Was passt hier. Und drüber dann das da. Ja. Ja. Ach da, das wird das... Nee, dann ist mir das ein bisschen zu schmal. Ah, nee. Ich glaube, ich will das doch anders machen. Ich probiere das mal auf der einen Seite aus. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie ich das gestern gemacht habe. Wenn der Kopie will. Aber ist ja egal. Das muss ja nicht ganz genau so aussehen. Ja, das sieht besser aus. Ja, doch. Wir machen das so. Das soll ein bisschen... Ein bisschen massiver sein. So. Und hier könnten wir noch halbe machen. Ja, genau so. Dass es hier ein bisschen abgehauen wird. Ja, doch. Genau so. Ja, so lassen wir das. Und dann hatte ich hier noch die Idee. Deswegen jetzt diese anderen hier. Das müssen wir dann wahrscheinlich lassen. Dann doch, oder? Ja, mal schauen, wie das von oben aussieht. Ja, das hier geht doch. Und dann warte ich die Idee, hier drin da noch was reinzumachen. So als Verzierung. Aber die sind mir zu dunkel. Ne, dann will ich lieber welche aus dem anderen Material machen hier. Aus dem Grundmaterial. So, jetzt mal die wieder mühselig raushauen hier. Ja, doch. Das sieht besser aus. Ist zwar auch ein bisschen dunkler. Aber das sieht besser aus. Gut, ja. So lasse ich das mal. Okay, schön. Dann sind wir mal soweit. Ja, die Fensterscheiben. Ich weiß nicht. Irgendwie... ...habe ich da noch keine Lust dran. Ah, wollen wir... Moment mal. Hatte ich denn das tatsächlich so? Die Decke aus Stein? Wie sieht das oben aus? Das sieht ja oben jetzt nicht so toll aus hier mit diesen ganzen Sachen da. Dem kann man aber entgegenwirken, indem man einfach eine weitere Schicht Boden macht. Ja, doch. Wir machen hier unten Stein. So, ich brauche noch mehr davon. Ja, da ist noch was da. Okay, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Decke. Und der Rest kann erst mal wieder weg hier. Das da, das da, das da. Das alles raus hier. Aber der hier... Der kommt wieder da zum Werkzeug. So, okay. Jetzt mal schauen, ob das von oben hier einfacher ist, die Decke zu machen. Ja, da müssen wir noch... Ähm... Moment mal, da stimmt ja was nicht. Da hatte ich ja noch eine ganz andere Idee. Ähm... Da hatte ich ja eine ganz andere Idee. Äh... Ja, das ist ja irgendwie... Das müssen wir noch umsetzen. Ja, ach, das nervt jetzt. Aber warum habe ich das nicht gleich gemacht? Das sollte doch so ein kleiner Vorbau sein. Ach... Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Ähm... 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 Da habe ich ja eigentlich nicht dran gedacht habe. Ja... Genau. Um das Licht kümmern wir uns ja sowieso nochmal. Oh ja, das ist gut, dass wir da eine zweite Decke einziehen. Dann können wir nämlich da einfach, ähm, hier Glühstein reinsetzen. Oh, wie das ruckelt, ey. Das ist ja unglaublich. Naja, machen wir erstmal die Decke hier weiter. Und dann gleich noch ins Bett gehen. Ja, gut. Ich fange jetzt mal mit dem Raum hier an. Da müssen wir unten eventuell noch eine Zwischenmauer reinsetzen. Dass wir da zwei Räume draus machen. Aber das kann man später noch alles machen. Das gehört dann zur Einrichtung. Jetzt bauen wir erstmal den Rohbau. Der soll ja noch ein bisschen verziert werden. Und draußen sollen noch ein paar Blumen hin und so weiter und so fort. So, bevor noch irgendwas geschieht... Ähm... Erstmal ins Bett. Nicht, dass da wieder ein Monster auftaucht. Ich gebe Minecraft ein bisschen Zeit. So. Dann machen wir mit dem Raum weiter. Da muss natürlich vorne noch eine Uhr dran. An dem Bahnhof. Das kann ja nicht anders sein, dass da keine Uhr ist. Aber wir könnten das aber auch da oben dran machen. Ja, genau. Das könnten wir machen. Ja, gut. Aber egal. Oder wir überdachen das. Jetzt machen wir erstmal die Decke fertig. So, hier weiter. Okay, das ist mühselig. Da die kleinen Stückchen da alles da rein nach hin machen. Kann ich das? Ja, ich muss da genauer arbeiten. Dann... Na ja. Ihr kriegt schon alles zu. Dauert eben eine Weile. Ist aber jetzt auch keine Riesenfläche. So. Jetzt mache ich eben da mit dem Raum weiter, bevor ich es hinter mir den kleinen noch machen. Na, so, so, so. Zack. Und zack. So, der ist zu. Puh, das wäre geschafft. Und jetzt hier noch... Ähm... Vier mal vier sind das, ja? Sechzehn Stücke. Ne, das Material geht mir nicht aus. Es sind noch genug da. So, das wäre geschafft. Dann hätten wir die Decke auch... Oh ja, und dann mache ich jetzt gleich mal Glas in die Fensterscheiben. Müssen wir aus dem Lager holen, weil hier nichts ist. Halt, so rum. Joa, da kann ich mal ein bisschen mehr mitnehmen. Äh, ja, das dürfte aber genug sein. Äh, ich wollte eigentlich, äh... Da hin. Habe ich auch fertig gedrückt wahrscheinlich. Nicht gemerkt. Okay, fangen wir mal an. Hier mit den Fensterscheiben. Da. So, jetzt kann auch von der Seite nichts mehr rein. Also, ihr könnt ja sowieso nicht, weil zu hoch. Aber man fühlt sich doch irgendwie sicherer. Wenn denn alle Fensterscheiben drin sind, was ja doch gar nicht der Fall ist. Aber bald. So, hier, zack, zack. Da und da. So. Dann haben wir da noch ein großes. Daneben noch zwei oder drei kleine. Drei sind es, ja. Und da vorne in dem Raum noch zwei große müssen das sein, ja. So, damit werden die Fensterscheiben auch drin. Ha, schön. Zumindest hier unten ist jetzt so gesehen, jetzt vorläufig mal alles fertig. Joa, ist eigentlich ziemlich hell. Aber ja, jetzt werden da oben... Hier kommt ja noch viel Licht rein. Ich kann das ja mal provisorisch zumachen, ja. So. Lord das auch. Und jetzt. Und jetzt.